Liebe Apoidea-Familie und Apoidea-TV-Zuschauer, ich bin Gnichel und dafür zuständig, dass dieser YouTube-Kanal gepflegt und bearbeitet wird. In enger Zusammenarbeit mit Josefine, die ihr Kinder auch als Joe kennt, landen die gedrehten Videos irgendwann auf meinem Schreibtisch. Dort überprüfe ich alles nochmal, zum Beispiel auf Bildfehler oder Tonunstimmigkeiten und sorge dafür, dass innerhalb eines Videos ungefähr alles gleich laut klingt. An dieser Stelle möchte ich unbedingt loswerden, dass ich völlig fasziniert bin von diesen tollen Videos, die ich da bekomme. Ich lerne dadurch Menschen kennen, die mit sehr viel Liebe und Hingabe Videos produzieren und möchte dieses Video jetzt dazu nutzen, um mich auch mal bei euch vorzustellen. Ich bin Schauspieler und Hörspielsprecher und seit ein paar Jahren vermehrt in der Kinderunterhaltung tätig. Im Fernsehen zum Beispiel bei Kika in der Sendung leider lustig, aber am meisten in Kinder-Musicals. So war ich der Bürgermeister im Bibi Blocksbeck-Musical oder der Rabe Karl in der Schneekönigin. Zur Zeit spiele ich bei Jim Knopf den Lukas im Dschungelbuch den Balou, viele verschiedene Rollen bei der kleine Drache Kokosnuss und in der Bühnenshow von Jan und Henry den Jan. Hallo Jan. Hallo. Ich finde es wunderschön, mit dir auf Tour zu gehen. Ja, ich auch. Was mache ich? Du spielst Musical. Ja, das mache ich, genau. Das wusste ich gar nicht. So was, jetzt weißt du es. Ja, ich bin schlau. Vielleicht werde ich auf Apoidea TV auch ein paar Sachen beitragen, aber bis dahin freue ich mich weiter auf viele weitere Videos von euch. Also dann wünsche ich uns allen hier noch ganz, ganz viel Spaß. Bleibt gesund. Euer Gnichel.